Lass uns heute die Teller füllen. Wir beginnen gleich hier. Gerd, vielen Dank für die 100 Bits. Fabi, auch dir vielen Dank für die Bits und den Support. Gerd, nochmals vielen Dank für die Bits und den Support. Ich fress mich jetzt hier durch. Chai. Da hat es noch Gemüse am Spiess. Ich nehme Pilze und Schinken. Aber das ist nur mal wie Vorspeise. So richtig los geht es da vorne. Aber ich brauche jetzt mal schnell was da. Okay, wir gehen schnell ein bisschen schauen da. Kostetzer ist nur 5. Ja, continue. Oh, you can order and martini in der Kante. Oh, das stimmt. Okay. Okay, da. Go ask first. Baidu, Baidu. Und da. Da, schrubst. Da, hier auf限ert. Da, hier dringend. Baidu, Baidu, Baidu. Ich habe einen Steak mit Pfeffer-Sauce mit Pfeffer-Sauce. Ja, mit halbieren und Masch potato. Okay, dann werde ich eine Steak mit Paprika und Frisch Fries nehmen. Und eine Steak mit Masch potato und Teriyaki. Du willst auch zwei Steak, eine mit Teriyaki und Masch potato, eine mit Paprika und Paprika? Ja. So, er war ein bisschen verwirrt, weil er mir nicht ganz glauben konnte, dass ich zwei Teller bestelle für mich alleine. Also, Jui ist rüber, holt sich eine Nudelsuppe, sie kommt nachher hierher. Und ich habe zweimal ein Steak bestellt. Und einmal ein Pfeffersteak mit Fritten für 1,50 Euro. Und einmal ein Steak mit Teriyaki-Sauce und Kartoffelpüree. Schweizer sagen Kartoffelstock, Herdöpfelstock. Und Jui kommt gleich mit irgendwas thailändischer Nudelsuppe oder so. Macht man das in Thailand Essen von woanders im fremden Restaurant Essen? Ja, Thailand kein Problem. Aber du musst was essen. Also, du kannst nicht von einem anderen Restaurant was hierher bringen und hier nichts essen, ist klar. Aber wenn du was bringst, also wenn du hier was konsumierst, kannst du auch von einem anderen Restaurant im selben Strassenzug was mitnehmen. Aber natürlich nicht irgendwie da kommen mit... Man weiss, das ist ja alles so Streetfood da, oder? Der eine holt da was, der andere da was. Und dann kannst du schon zusammen am selben Tisch essen. Das geht. Jui hat eine ganz komische Suppe. Die schaut so rot aus. Keine Ahnung, was da alles drin ist. Also irgendwie Eiernudeln. Haufenweise Gemüse. Fleischbällchen. Pommes alcoq. Pommes alcoq. Pommes alcoq. Pommes alcoq. Furchspeise. Mies alcoq. Mies alcoq. Mies alcoq. Schirrm. Bien. Mies alcoq. Bah, kia. Hülze mit... Scharf! Scharf! Scharf coz rhoi rot. Oder lehr. Oder lehr! Hallo! Glück habe ich schon bestellt. Jetzt kommen die Leute. Das muss gut sein hier. Schauen wir mal her. Ich bin gerade mit 10 Leuten gekommen. Wir sehen hier, der Meile in Thailand ist hier. Das muss gut sein. Also das ist das Pfeffersteak mit Fritten und Salat. Und das ist das Teriyaki. Das Teriyaki Steak mit, wie nennt man das da? Kartoffelpüree oder so. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ich brauche noch eins. Ich muss noch eins bestellen. Also wenn einer mal nach Jam kommt, das wäre mal ein Besuch wert hier. Kennst du ein gutes Hotel? In meiner Umgebung hier? Ähm. Nee, eigentlich nicht. Also. Das Problem ist, ich war schon länger nicht mehr auf Hotel Tour. Und ich weiss zur Zeit nicht, was noch geöffnet hat und was geschlossen hat. Also ich kann dir keines empfehlen, weil wenn ich dir jetzt was empfehle, dann ist es vielleicht geschlossen. Weiss es nicht, weiss es nicht. Here we go. Again. Das ist hier so lecker. Dritter Teller. Ähm. Rechnung. 312 Baht. Satt. Da noch eine thailändische Drogerie. Also wenn jetzt das Essen nicht gut gewesen wäre und ich Magenschmerzen hätte, wäre ich jetzt hier rein und was hätte ich gekauft? Jetzt ist es euer Zug, Leute. Wenn ich hier reingegangen wäre, was hätte ich gekauft? Abführmittel. Haut das Emoji rein. Okay. Genau. Flying Rabbit. Also. Es ist Zeit nach Hause zu gehen. Alte Männer. Destiny One Tour hier noch für dich. Ich zieh meinen Hut vor dir. Aber ich muss... Der schreit noch ein bisschen an gerade. Alte Männer müssen früh ins Bett. Ich kenn's. Wir sehen uns morgen wieder. Ähm. Keine Ahnung, wo's morgen hingeht. Mal schauen. Vielleicht wollt ihr wieder ein bisschen Strand morgen. Ein bisschen Strand. Ein bisschen Beach. Okay. Es ist ein Schinkentoast. Ja. Vielleicht ein bisschen Beach morgen. Mal gucken. Mal gucken. Mal einen anderen Beach wieder. Okay. Bis morgen Leute. Grüße aus dem dunklen Thailand. Blond. Bis morgen. Bis mal. Bis mal. Vielen Dank.